Mein Name ist Aziz, bin 22 Jahre alt. Ich bin alleine aus Afghanistan gekommen und seit drei Jahren in Deutschland. Im Kreiskrankenhaus Trignis habe ich meinen Bundesfreiwilligendienst angefangen. Jetzt bin ich in der Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Ich habe zu 100% meinen Wunschberuf gefunden. In der Schule für Gesundheitsberufe lerne ich alles, was nötig ist. Die Praxis lerne ich hier im Krankenhaus. Ich habe zwei beste Freunde. Wir spielen oft zusammen Fußball. Mein Vater hat zu mir gesagt, wenn jemand Hilfe braucht, denke nicht darüber nach, welche Sprache, welche Religion, welche Hautfarbe. Einfach sofort helfen. Mit Herz und Mund gleich bleiben und Respekt zu anderen haben. Ich arbeite hier, weil hier total großartig ist. Ich arbeite hier, weil ich hier sehr großartig bin. Ich arbeite hier mit meinem eigenen Kopf. Ich wünsche mir das Gefühl, dass ich meine Liebe und Werteidigung habe.